Wir bleiben mal im Livestream dabei, Jano Obmeer gegen Mick Junior und jetzt stellt sich für ihn die Frage, da guckt Mick Junior nach hinten, er schaut sich um, wer kommt denn plötzlich da so nahe? Ja, das ist Jano Obmeer, Start Nummer 135 und natürlich jetzt die entscheidende Frage, lässt er den passieren oder kämpft er um seine Position? Er lässt ihn vorbei. Okay, toller Angriff von Jano Obmeer und erstmal lässt Mick Junior den Jano passieren, also kein übereifriges Gegenmanöver.